Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 513. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich trainiere meine Muskeln, damit mein Körper gut aussieht. Ich trainiere meine Muskeln, damit mein Körper gut aussieht. Ich wasche meine Haare am liebsten unter der Dusche. Dabei benutze ich viel Schaum. Ich wasche meine Haare am liebsten unter der Dusche. Dabei benutze ich viel Schaum. Diese Impfung ist wichtig für dich und deine Gesundheit. Diese Impfung ist wichtig für dich und deine Gesundheit. Ich habe ein neues Auto gekauft. Der Händler gibt mir die Autoschlüssel. Ich werde von einer Limousine abgeholt. Nach einem langen Tennisspiel tut es gut, sich auszuruhen. Nach einem langen Tennisspiel tut es gut, sich auszuruhen. Bei einer Tasse Kaffee mache ich mir wichtige Notizen. Bei einer Tasse Kaffee mache ich mir wichtige Notizen. Ich möchte dir eine wichtige Frage stellen. Willst du mich heiraten? Ich möchte dir eine wichtige Frage stellen. Willst du mich heiraten? Ich möchte dir eine wichtige Frage stellen. Willst du mich heiraten? Ich überprüfe Rechnungen und Lieferscheine, bevor ich die Ware bezahle. Ich überprüfe Rechnungen und Lieferscheine, bevor ich die Ware bezahle. Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung. Die Kontrolle verlief ohne Beanstandungen. Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung. Die Kontrolle verlief ohne Beanstandungen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Pilze sammeln ist ein Hobby vieler Menschen. Ein warmer und feuchter Sommer ist ideal für eine reiche Ernte. Pilze sammeln ist ein Hobby vieler Menschen. Ein warmer und feuchter Sommer ist ideal für eine reiche Ernte. Mein Mann beachtet mich nicht mehr und kommt abends immer später nach Hause. Mein Mann beachtet mich nicht mehr und kommt abends immer später nach Hause. Am Ende hat unser Team nach einem spannenden Spiel doch noch gewonnen. Am Ende hat unser Team nach einem spannenden Spiel doch noch gewonnen. Am Ende hat unser Team nach einem spannenden Spiel doch noch gewonnen. Ich kann dein ständiges Jammern nicht mehr ertragen. Du gehst mir auf die Nerven. Mein Vermieter hat die Heizung abgestellt, weil ich meine Stromrechnung nicht bezahlt habe. Mein Vermieter hat die Heizung abgestellt, weil ich meine Stromrechnung nicht bezahlt habe. Mein Vermieter hat die Heizung abgestellt, weil ich meine Stromrechnung nicht bezahlt habe. Der Urlaub ist eine absolute Enttäuschung. Es gibt keinen Sand am Strand, und die Sonne haben wir noch nicht gesehen. Geht es dir nicht gut? Einmal im Jahr machen wir zusammen Urlaub in einem schönen Hotel ohne unsere Familien. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Geht es dir nicht.